Erik, die Siedlung. Damit ist wir in der Sie... Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Meh. Ja, natürlich. In Ordnung. Ja, ist gut. Aber gern sofort. Natürlich. So gut ich kann. Ja, wie ihr wollt. Gut. Ja. Ja. Hierfür benötigt ihr mehr Thaler. Doch nee. Aber gern. Ja, ja. 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 Auf der Suche. In Ordnung. Vergesst es. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Ja. 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 Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Jupp. Natürlich. Fertig, Meister. Ein Gelehrter. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, ist gut. Natürlich. Ja. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Wie ihr wünscht. So gut ich kann. Ja. Ja. Wird erledigt. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Ist in Ordnung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wird erledigt. Ha. Ja. Ihr habt nicht genug Lehm. Ja, ist gut. Jupp. Nichts lieber als das. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einer eurer Gelehrten ist traurig. Weil die Steuern zu hoch sind. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wir haben einen großen Gelehrten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts. Hier zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Sofort. Eine neue Technologie ist erfolgt. Ja natürlich. Ja natürlich. Ja natürlich. Ja natürlich. Nichts lieber als das. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Aber gern. Natürlich. Nichts lieber als das. Zahltag. Einer eurer Gelehrten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ist in Ordnung, wenn's denn sein muss. Na gut. Wird erledigt. Ja. Aber gern. Jupp. Ihr benötigt mehr Lehm. Nichts lieber als das. Sofort. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Wird erledigt. Ja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wenn's denn sein muss. Wenn's denn sein muss. Es ist Zahltag. Einer eurer Gelehrten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Sofort. Sie schimmert. Ja, ja. Aber gern. Wird erledigt. Nichts lieber als das. Ja, ja. Nee. Nichts lieber als das. Ja. Ist in Ordnung. Natürlich. Sie haben das nicht. Sie scheppert. Wird erledigt. Fertig! Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Gah! Gah! Aber gern! Aber gern? Na gut. Es ist Zahltag. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil die Steuern zu hoch sind. Es regnet. Ja! Heureka! Kein Problem! Ausbau vollbrat. Das um die Achte. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Das Gebäude ist ausgebaut. Sie scheppert. Sie scheppert. Aber gern! Seht nur. Es klart auf und wird wieder warm. Da! Wird erledigt. Ausbau vollbracht. Sehr gut. Ein neuer Auftrag. Es ist Zahltag. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil die Steuern zu hoch sind. Die Steuern zu hoch sind. In der Tür. Wie geht es? Die Steuern zu hoch sind. Die Steuern. Die Steuern zu hoch sind. Die Steuern. Die Steuern. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Na gut, wenn's denn sein muss. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Fertig? Fertig? Aber gern! Das Gebäude ist ausgebaut. Fertig? Fertig? Eure Arbeiter zahlen ihre Steuern. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil die Steuern zu hoch sind. Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht. Sehr wohl. Das Gebäude hervor sein hat. Der direkt vielleicht auch so, wie ich sehe, was da eine macht. Wie ihr wollt. Wie ihr's besorgt. Das wird. Ihr habt eine neue Herausforderung. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, mein Lord. Wie ihr wünscht. Gott zum Wohl. Doch Gott geht mir nun. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ach und es gibt einen neuen Auftrag für euch, mein Lord. So soll es sein. Ihr habt nicht genug Thaler. Ja, mein Lord. Sehr wohl. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ein Gelehrter ist sehr sauer, weil die Steuern zu hoch sind. In Ordnung. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Jawohl. Seid unbesorgt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir erledigen das. Bäh. Der Bischof. Zu Befehl. Bäh. Wollte doch der Kat. Und mit einem Dario. Mai. Wie? Sofort. Ja, Herr. Hey, lasst das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ein Hild ist in großer Gefahr. Sofort. Ja, Herr. In Fahrt mit euch. Ich tue mein Bestes. Auf sieh! Ihr, fürchtet euch nicht mehr. Euch wird nichts geschehen. Leert sie das fürchten! Jawohl. Ja, ja. So soll es sein. Nur Mut! Wir werden siegen. Der Sieg wird unser sein! Ja, sofort. Für die Ehre! Folgt mir, Brüder! Macht sie nieder! Angriff! Der Tag wird abbrechen. Steuern und Sollt werden getan. Ihr werdet angegriffen. Alle eure Wohnpulser sind benötigt. Aber es gibt noch Obdachlose. Siegler baut mehr Kuhanhüfe, um alle eure Siedler versorgen zu können. Dank der Hilfe von... Ihr habt ein...